Linkeleucht ist ein Unternehmen aus Linz. Wir sind 2012 gegründet worden. Unser Grundnutzen ist, dass wir Inhalte verbreiten für unsere Werbekunden über eine Plattform von mehr als 15.000 Social Media Meinungsführer. Und so schaffen wir eben für Inhalte Reichweite für Videos beispielsweise, dass diese Videos gesehen werden und sich dann auch automatisch weiterverbreiten. Also wir verbreiten auf Facebook, Google+, Twitter und Tumblr, wobei man sagen muss, dass Facebook unser deutlich stärkster Kanal ist. Also die Idee ist grundsätzlich entstanden am Reißbrett. Mir ist quasi damals 2011 die Idee gekommen, dass man den Multiplikationseffekt von den sozialen Medien ja sehr gut dafür nützen konnte, Branded Entertainment, nützliche Videos, nützliche Inhalte unter die Leute zu bringen. Wir sind dann drauf gekommen, dass es nicht wirklich Mitbewerb gibt. 2013 war dann der Marktstart, wo unsere Plattform online gegangen ist. Seitdem haben wir rasantes Umsatzwachstum. Mittlerweile betreiben wir nicht nur in Linz einen Standort, sondern auch in Köln. Unser Hauptmarkt ist Deutschland. Ziel fürs nächste Jahr wird speziell sein, Deutschland noch besser abzudecken. Dann werden wir uns umschauen, ob wir zusätzliche Märkte angehen. Frankreich, Italien, England stehen da am Programm.